Der Gegensatz zwischen Haft, Gitter, Mauern und Freiheit, dieses Fliegen, dieses Freisein im Kopf, das ist genau das, was mich daran so fasziniert. Fliegen ist so, dass man so die Flügel aufmacht und dann in die Luft, so Freiheit. Ich habe gemerkt, im Theater mitzumachen, da braucht man schon viel Mut und dieses Mut habe ich auch, dieses Theater gewinnen können und deshalb habe ich auf jeden Fall sehr viel davon in der Zukunft. Ich hoffe, dass die Menschen, die von draußen kommen, uns hier zuschauen, dass sie uns so wie draußen die Menschen behandeln, dass sie uns auch so wie ganz normale Menschen sehen, wenn wir da auch vorführen. Die sollen nicht schlecht über uns denken. Der Flug macht uns frei, der Absturz droht uns ein, die gute Worte verheilen. Dass man an Freiheit denkt. Dieses Gefühl ist schon auch so unbeschreiblich auf jeden Fall. Das ist nicht normal, wenn man schon in der Luft ist, dann fühlt man sich schon irgendwie frei. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Untertitelung des ZDF, 2020